Moin zusammen, heute am Montag oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Es geht jetzt weiter mit der zweiten Folge von der Reihe Making and Do It Yourself und heute geht es darum, wie man den Traum vom eigenen Makerspace realisieren kann. Dafür teile ich euch jetzt einmal schön meinen Bildschirm. Fangen wir gleich an. In der letzten Session ging es darum, was ist eigentlich der Spirit von einem Makerspace und was gibt es da so für Unterschiede? Kurz zur Wiederholung noch einmal. 3D-Drucker ist nicht gleich Makerspace, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und zwar geht es um den Spirit, um den Geist, den alle gemeinsam teilen. Ich hoffe, ihr seht jetzt, na gut, egal. Und zwar möchte ein FabLab oder ein Makerspace Leute eigenständig befähigen, Projekte umzusetzen. Das heißt, es ist nicht so, dass jemand in einen Makerspace reinkommt und sagt, ich hätte gerne dieses Teil 3D gedruckt, sondern man geht rein, bekommt gezeigt, so funktioniert der Drucker, so bekommst du deine Datei umgesetzt und am Ende kannst du jetzt so diesen Druck starten und dann auch selbstständig schauen, was falsch gelaufen ist und was du beim nächsten Mal vielleicht besser machen musst. Von der FabFoundation gibt es vier Kriterien, die ein FabLab jetzt zum Beispiel erfüllen sollte. Die habe ich hier einfach mal für euch aufgelistet. Und zwar ist das einmal, dass natürlich offen Wissen geteilt wird, dass Projekte geteilt werden, dass man sich gegenseitig hilft und einfach diese Gemeinschaft lebt, dass man ungefähr einmal wöchentlich einen öffentlichen Zugang ermöglichen kann, dass man sich an eine Charter hält. Für FabLabs gibt es zum Beispiel eine internationale FabLab Charter, die vorgeschrieben ist. Und dann natürlich, dass man ganz, ganz aktiv im Netzwerk ist und nicht nur in seinem kleinen Makerspace da an seinen Projekten arbeitet, sondern dass man dieses Wissen in die Welt trägt und dann ja auch mit anderen einfach alles teilt und sie auch zum Basteln anregt. Hier einmal ein kurzer Blick auf die FabLab Charter. Da ich selbst aus einem FabLab komme, nämlich aus dem FabLab Lübeck, ist mein Fokus natürlich eher auf den Fabrikationslaboren, aber es ist bei allen offenen Werkstätten und auch Makerspaces ähnlich. Hier in dieser FabLab Charter, die ihr rechts auf dem Bild seht, die ist vom MIT in Boston 2012 veröffentlicht worden, geht es hauptsächlich darum, dass Gemeinschaft groß geschrieben wird, dass sowohl lokal als auch international Wissen geteilt werden soll, dass es öffentlich für alle, die Interesse haben, möglichst zugänglich sein soll, dass niemand verletzt werden soll. Hier wurde zum Beispiel auch ein Zusatz reingenommen, dass keine Waffen gefertigt werden dürfen, weil das mit einem 3D-Drucker ja beispielsweise möglich wäre. Das ist in einem FabLab aber beispielsweise nicht erlaubt, dass auch das Projekt und Wissen natürlich irgendwie dokumentiert werden soll, um es dann auch weiter in die Welt tragen zu können. Und dann unten, how can business use a FabLab, ob ein kommerzielles Projekt im Widerspruch steht. Allerdings muss das nicht unbedingt sein, denn man kann auch sehr viel von einem kommerziellen Projekt lernen. Allerdings, ja, sollte man dann auch beachten mit Patenten-Copyright, pipapo, das sollte man dann mit Startups oder anderen Firmen absprechen, bevor man da zu viel veröffentlicht. Es gibt sehr, sehr viele Formen, wie man jetzt so ein FabLab aufbauen kann. Deswegen sollte man sich am Anfang einmal fragen, was möchte ich überhaupt erreichen? Es gibt offene FabLabs oder geschlossene FabLabs. Das bedeutet, sie sind offen für jeden zugänglich oder geschlossen innerhalb einer Organisation oder Universität oder eben einer Schule, dass nur ein beschränkter Bereich von Personen mit reinkommt. Wenn wir uns an die FabLab-Charta erinnern, widerspricht das jetzt irgendwie so ein bisschen diesem Teilungsgedanken. Aber Fakt ist, dass es sehr, sehr viele FabLabs und Makerspaces gibt, die zum Beispiel an Organisationen angeschlossen sind und so kleine Innovation-Hubs sind, um einfach schneller Prototypen zu entwickeln und neue Produkte an den Markt zu bringen. Und die werden auch als FabLabs beispielsweise aufgeführt. Dann die nächste Frage ist, möchte ich mich als Verein organisieren und wenn ja, möchte ich den Zugang zu meinen Geräten nur vereinsintern zur Verfügung stellen oder muss man kein Mitglied sein, um die Geräte in meinem Verein nutzen zu können? Die weitere Frage, die man sich stellen kann, ist, möchte ich mich auf Spezialthemen, also zum Beispiel ein gewisses Fertigungsverfahren wie eine Holzverarbeitung spezialisieren oder möchte ich mich möglichst breit aufstellen und ein, ja, möglichst breites Angebot an Maschinen zur Verfügung stellen, um möglichst alles machen zu können. Dann natürlich auch die Frage, bin ich eher günstig, bin ich eher teuer, gehe ich in die gemeinnützige Richtung oder möchte ich mich selbst tragen, möchte ich vielleicht auch Gewinn erwirtschaften? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man die richtige Form für seinen eigenen Makerspace findet. Als weiteren Punkt ist, wie gestalte ich den Zugang zu den Geräten? Freizügig oder geregelt? Freizügig bedeutet, ja, du hast schon eine Schlossereinweisung, geh doch da jetzt an die Drehbank, ich traue dir das zu, dass du das machen kannst oder du hast jetzt schon zehnmal gedruckt, du kannst jetzt auch andere Leute in diesen Drucker einweisen oder eben geregelt, dass man sagt, ich habe Mentoren, die habe ich geschult und nur diese geschulten Mentoren dürfen in die Geräte einweisen, um ein bisschen zu kontrollieren, was wird in der Einweisung erzählt. Diese Sicherheitsfeatures müssen auf jeden Fall abgefragt werden und da einfach ein bisschen, ja, die Kontrolle darüber zu behalten. Dann natürlich die Frage, wie finanziere ich das Ganze? Möchte ich mich selbst tragend sein, dass ich mit den Kosten, mit den, ja, mit den Geldern, die über Maschinennutzung etc. reinkommen, mich selbst tragen kann? Oder möchte ich eine Förderung erhalten, um eben die Preise senken zu können, damit möglichst viele Leute ihre eigenen Projekte realisieren können? Weitere Frage ist natürlich, wie groß soll das Ganze später werden? Von 30 Quadratmetern bis 300 oder sogar noch größer gibt es alles Mögliche an FabLabs? Und einmal möchte ich einen Pauschalbeitrag, also zum Beispiel in Form eines Mitgliedsbeitrags erheben? Oder möchte ich den Nutzern die Möglichkeit geben, nur zu zahlen, wenn sie auch wirklich das Gerät benutzen und ihr eigenes Projekt umsetzen? Also am Anfang, bevor ihr überhaupt losgeht, um Gelder einzuwerben oder ein FabLab zu eröffnen, stellt euch einmal die Frage, wie möchte ich meinen Fokus definieren? Warum will ich wirklich einen eigenen Makerspace aufmachen und sind es die richtigen Gründe? Denn wenn hier die falschen Gründe aufgeführt werden, kann es schon sein, dass es dann relativ schnell wieder zumachen muss. Ich war beispielsweise im FabLab Berlin, als es gerade geschlossen hat und habe einfach mal nachgefragt, so wieso musstet ihr denn jetzt zumachen? Und die Antwort war, ja, wir waren von einer Organisation gefördert und die wollten Innovationen für ihr Unternehmen voranbringen. Denen waren hier einfach zu viele Hobbyprojekte in unserem Makerspace und deswegen haben sie uns den Geldhahn abgedreht. Das ist dann natürlich sehr, sehr schade, aber als Grundidee ist diese offene Werkstatt eben am Anfang schon nicht da gewesen. Deswegen, erste Frage, teilst du diesen Spirit und möchtest du das Wissen weiter in die Welt tragen und die Maschinen möglichst, ja, für alle zur Verfügung stellen und auch andere befähigen, einfach ihre eigenen Projekte umzusetzen? Dann kann man sich natürlich einmal fragen, welche Zielgruppen möchte ich ansprechen? Sind es Schüler, Jugendliche und Studenten? Möchte ich Startups fördern? Bin ich vielleicht auf der Seite, dass ich einfach einen Social Impact generieren möchte, also Innovationen oder eine Standortförderung voranbringen? Welches Wissen möchte ich teilen und welche Fertigungsverfahren möchte ich tatsächlich anbieten? Und natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt bei FabLabs, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, statt, ja, einfach die ganze Waschmaschine nachzukaufen, weil der eine Knopf kaputt ist, kann man doch auch einfach dieses kleine Teil 3D drucken und dann braucht man nicht die neue Waschmaschine kaufen. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mal hatte, weil mein Knopf kaputt gegangen ist. Ich habe ihn nachdesignt und das auf Twitter gepostet und dann kam die Frage, hä, wieso kaufst du denn keine neue Waschmaschine? Und ich dann so, hä, was, nur dieser Knopf ist kaputt, was, was ist denn jetzt passiert? Hierfür muss man natürlich seine eigene richtige Form finden. Viele FabLabs sind in Dachorganisationen eingegliedert. Das sind beispielsweise Technikzentren. Bei uns in Lübeck ist das zum Beispiel das Technikzentrum Lübeck ganz lange gewesen oder auch Wissenschaftszentren, wie zum Beispiel beim FabLab in Kiel, aber auch häufig die Stadt oder entsprechend Schulen, Bibliotheken, Museen, alles Mögliche. Und viele FabLabs sind zum Beispiel auch in Universitäten, aber auch in Organisationen selbst. Wenn man sich die verschiedenen FabLabs einmal anguckt, sieht man, okay, es sind sehr, sehr viele Vereine, sehr, sehr viele gemeinnützige Vereine und dort geht meistens der Weg für einen Makerspace auch tatsächlich hin. Gut, wenn du jetzt die Idee hast, ich möchte diesen Makerspace wirklich aufmachen, solltest du dir weitere Teamkollegen suchen. Also die Frage, wer sind meine Champions? Denn so ein Makerspace oder FabLab macht sehr, sehr viel Arbeit. Das ist nämlich einmal die Instandhaltung natürlich von den Geräten, die müssen gewartet werden, die müssen am Laufen gehalten werden. Dann natürlich auch die Finanzen, die geplant werden müssen. Da bin ich tatsächlich ganz froh, dass ich das nicht mache. Dann muss ich natürlich über Sicherheit Gedanken gemacht werden. Wie kann ich mich absichern? Wie kann ich sicherstellen, dass möglichst niemand verletzt wird und auch keine Maschinen beschädigt werden? Dann gibt es noch einen großen Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Das sollte man auch nicht unterschätzen, gerade wenn man nicht selbsttragend ist und ja, entsprechend auf Investoren angewiesen ist, dass man auch nach außen ein gutes Bild repräsentiert. Und was auch sehr wichtig ist, ein Community-Management. Vor allem, wenn man Richtung Verein gehen möchte, weil im Verein sind es die Mitglieder und dann auch meistens die ehrenamtlichen Mitglieder, die den Laden am Laufen halten. Das heißt, man sollte auch Energie auf ein Community-Management, also Energie aufbringen, um das entsprechend zu machen, weil von denen hängt einfach am Ende alles ab. Dann natürlich weiter die Frage, wer hält Workshops, wer hält Schulungen, wer hält Einweisungen? Macht das eine einzelne Person? Möchte ich das alleine tragen? Möchte ich mir das mit anderen teilen? Wie oft möchte ich überhaupt aufmachen und wann werden diese Öffnungszeiten von wem realisiert? Also hier auch, wie soll der laufende Betrieb am Ende aussehen und wer ist mein Team im Rücken, die mich dabei unterstützen? Dann kommen vielleicht einige eurer Freunde oder Leute, mit denen ihr das umsetzen möchtet, aber das kann ich doch alles überhaupt nicht. Ich habe noch nie einen 3D-Drucker gesehen. Wie soll ich das denn jetzt auch mal anderen erklären? Da bringe ich immer den wunderschönen Leitspruch Learning by Burning an. So bin ich nämlich tatsächlich auch in die FabLabs gekommen. Ich bin einfach ins FabLab Lüberg reingestolpert. Da stand so ein Ultimaker-Bausatz. Es hatte gerade keiner Zeit und hier möchtest du den nicht mal zusammenbauen. Hier ist eine Anleitung. Hier ist der Bausatz. Viel Spaß. Und dann saß ich irgendwie zwei Wochen da, habe den 3D-Drucker zusammengebaut, habe ihn dann zum Laufen gebracht und dann war ich auf einmal mit drin in der Materie und habe ein bisschen selbst recherchiert und geschaut. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig, ihr seid nicht alleine. FabLabs oder offene Werkstätten sind überall auf der Welt vertreten und so gut wie alle dieser offenen Werkstätten teilen auch wirklich den Ansatz des offenen Wissens Austauschs. Das heißt, wenn ihr in ein anderes FabLab geht oder sie anschreibt, antworten die euch in der Regel und helfen euch auch gerne bei Fragen. Wir waren beispielsweise einmal mit einer Gruppe aus unserem Lab in Düsseldorf und sind dann an einem Open Lab Day, also an einer normalen Öffnungszeit, einfach in das FabLab in Düsseldorf eingefallen und die haben uns super empfangen, haben uns dann ihre Werkstatt gezeigt. Wir haben dann noch sehr, sehr viel diskutiert und dann haben sie uns tatsächlich auch einfach eine Stadtführung gegeben. Und jetzt sind wir tatsächlich immer noch in Kontakt. Viele Grüße dabei an Felix und Jo natürlich aus dem FabLab in Düsseldorf. Und das Wichtige ist, FabLabs helfen sich gegenseitig. Wenn ihr etwas aufmachen möchtet, schaut einmal auf die Karte, wo ist ein FabLab in der Nähe oder welches FabLab hat vielleicht eine ähnliche Struktur, wie ich sie mir vorstelle. Also ist beispielsweise an eine Schule angeschlossen oder an eine Universität oder wer ist als Verein organisiert. Und dann fahrt da einfach mal hin oder schreibt hin, habt da keine Scheu. Dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Webseminare und Internet-Tutorials, die euch erklären, welche Software brauche ich, wie benutze ich das, wie starte ich einen 3D-Druck. Da geht es dann später auch nochmal drum, welche Seiten ihr da gut besuchen könnt, wo ihr viele Hilfe bekommt. Dann ein großer Punkt, train the trainers. Wenn ihr ein Team habt, die später Einweisungen geben sollen, müsst ihr natürlich die Einweisungen, die die Leute entsprechend schulen. Ja, wie ihr das dann am Ende macht, müsst ihr euch selbst aussuchen. Wir haben es tatsächlich, dass wir Hauptmentoren haben, die dann neue Mentoren immer wieder einweisen, zum Beispiel. Dann gibt es auch natürlich noch Herstellerschulungen. Wenn man sich jetzt ein teures Gerät wie eine CNC-Fräse oder einen UV-Drucker kauft, gibt der Hersteller meistens eine Schulung, kommt dann bei einem vorbei und zeigt, wie man diese Maschine bedient. Da sollte man dann gut mitschreiben, um das dann entsprechend auch anderen erklären zu können. Und dann machen, machen, machen. Also eigene Projekte umsetzen, weil dabei lernt man am allermeisten. Man kann in der Theorie verstehen, okay, wenn ich jetzt auf diesen Klopf drücke, geht der Laser an und dann schneide ich das irgendwie durch. Aber wenn man das dann selbst vermacht, merkt man, oh, da kommt ja auf einmal irgendwie Rauch raus und vielleicht sollte ich diesen Rauch absaugen oder ich sollte vielleicht den Rauchmelder entsprechend konfigurieren, dass nicht gleich die Feuerwehr kommt. Sowas lernt man tatsächlich am besten beim Selbstmachen. Das heißt, sucht euch eigene Projekte, fangt einfach an und Fragen, Fragen, Fragen. Kommen wir einmal ein bisschen zur Kalkulation. Was kostet es denn jetzt eigentlich, so einen eigenen Makerspace aufzubauen? Dadurch, dass es sehr, sehr viele verschiedene Formen gibt, auch was Ausstattung und Co. anbelangt, ist die Preisspanne natürlich auch sehr hoch. Auf der Seite von Fablabs.io ist eine Kalkulationstabelle angegeben und hier reden sie von einer Hardware von 25.000 bis 65.000 Dollar in dem Fall. Hier unten habe ich euch einen Google Doc verlinkt. Das ist eine Kalkulationstabelle, die dort öffentlich zur Verfügung steht, die ihr euch auch einfach mal anschauen könnt, welche Geräte es sind und welche nicht. Ich gehe hier einfach einmal mit euch durch diese Tabelle durch. Oh, da war sie nicht. Ja, das ist jetzt wieder wunderschön. So. Und hier seht ihr zum Beispiel, hier gibt es verschiedene Lasercutter, die ihr euch anschauen könnt und welches Equipment ihr entsprechend dafür braucht. Dann ist das ein bisschen in die verschiedenen Geräte mit eingeteilt. Hier geht es dann zum Beispiel um die 3D-Drucker, zum Beispiel hier um den Prusa 3D-Drucker, wie viel er kostet, was ihr da an Material zum Beispiel auch braucht und alles Weitere. Klickt da einfach mal durch, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr denn wirklich braucht. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann braucht ihr natürlich auch Verbrauchsgüter, das heißt Materialien. Für die 3D-Drucker ist das das sogenannte Filament, also der Plastikschlauch, mit dem ihr am Ende dann druckt oder eben auch Holzplatten für den Lasercutter, die ihr zerschneiden könnt. Dafür werden ungefähr 15.000 bis 40.000 Dollar veranschlagt. Genau. Und dazu kommen dann natürlich noch die laufenden Kosten wie Instandhaltung, Miete, Wasser, Strom, Personalkosten, Versicherungen, Serverkosten etc. Daher die Frage, woher das Geld nehmen. Es gibt sehr, sehr viele Investoren, die bereits Fablabs gesponsert haben. Das sind häufig Stiftungen. Bei uns in Lübeck war das zum Beispiel in der Initialförderung die Possell-Stiftung. Es gibt aber auch geförderte Projekte vom Land beispielsweise oder Unternehmen, die sagen, wir möchten euch unterstützen, diesen Makerspace aufzubauen und dafür können dann zum Beispiel auch unsere Leute bei euch vorbeikommen und Prototypen entwickeln. Dann gibt es die Anstiftung. Den Link habe ich euch unten auch nochmal mit reingeschrieben und der steht dann entsprechend auch bei dem Video dabei. Die haben schon ein fertiges Formular für offene Werkstätten, das man ausfüllen kann, um entsprechend Gelder zu beantragen. Aber es gibt natürlich am Ende immer noch Privatpersonen, die Lust haben, das Ganze zu stützen und zu finanzieren. Daher die Frage, welche Maschinen brauche ich denn jetzt in meinem eigenen Makerspace? Das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Fokus und die Zielgruppe an, die ihr wählen möchtet. Aber eigentlich sind so gut wie in jedem Fablab oder Makerspace ein oder mehrere 3D-Drucker zu finden. Ein Lasercutter ist meistens auch irgendwo vorhanden in verschiedenen Stärken und Preisklassen. Ein bisschen dünner wird es dann schon bei CNC-Fräsen, da das teilweise auch sehr große, teure Maschinen sind, sind aber auch häufig in Makerspaces anzutreffen. Dann natürlich auch ein Elektronikbereich. Ist jetzt auch nicht so teuer, so ein Lötkolben oder mal ein Oszilloskop zu kaufen. Aber hier kann man natürlich auch sehr beliebig schnell groß wachsen und dann auch teuer werden. Ein weiterer Punkt, der möglich ist, ist die Platinenfertigung. Da gibt es zum Beispiel Platinenfräsen, die extra für die Herstellung von PCBs gemacht sind. Und was man auch bedenken sollte, es ist nicht alles nur Hardware. Man sollte auch an Programmiertools für Mikrocontroller denken. Also zum Beispiel so einen kleinen AVI-Tracking, um mal einen Mikrocontroller über die Banken zu können, ist tatsächlich auch ganz hilfreich. Was man auch nicht vergessen darf und was häufig nicht so gerne gefördert wird, sind Low-Tech-Werkzeuge. Ein Unternehmen findet es natürlich super, wenn man einen total modernen 3D-Drucker da stehen hat und darunter steht gefördert oder gesponsert von XY. Aber wenn es nur um eine Werkzeugwand oder einen Hammer geht, das ist einfach nicht so spannend. Deswegen ist es tatsächlich schwieriger, dafür dann auch Geld dazu bekommen. Kalkuliert es also in eure Anfangsinvestitionen mit ein, damit ihr hier am Ende nicht vor dem Problem steht, ich habe jetzt zwar Lasercutter, 3D-Drucker und CNC-Fräse, aber irgendwie kann ich mir keinen Hammer mehr leisten. Neben der Hardware ist die Software entsprechend auch wichtig. Dafür gibt es später im Rahmen dieses Web-Talks auch nochmal eine eigene Einheit. Hier einmal kurz zusammengefasst, ihr braucht auf jeden Fall eine CAD-Software zum Konstruieren. Dort gibt es entweder 2D-Programme, wo ihr Linien und Vektorgrafiken für Lasercutter und Vinylcutter erstellen könnt und es gibt natürlich 3D-Programme, wo ihr dann Körper für 3D-Druck oder Fräse erstellen könnt. Was dazu kommt, sind natürlich noch die Programme zur Steuerung der jeweiligen Maschine. Das kommt natürlich auch wieder auf die Maschine, an die ihr habt. Für einen 3D-Drucker wird dann aber entsprechend immer ein Slicer, also ein Programm, was den 3D-Körper, den ihr jetzt eben modelliert habt, entsprechend in einen Maschinencode übersetzt benötigt. Ihr braucht natürlich auch eine Entwicklungsumgebung zum Programmieren, wenn ihr jetzt entsprechend auf die Microcontroller geht, zum Beispiel Arduino programmieren möchtet. Und wichtig hier an diesem Punkt ist, es gibt meist Open-Source-Lösungen und Freeware-Varianten, die sehr gut funktionieren und die auch gut dokumentiert sind. Aber wie gesagt, darüber geht es dann nochmal in einer eigenen Reihe. Hier als Link ist nochmal die FabLab Academy genannt. Die hat verschiedene Tutorials und Videos hochgeladen zu diesen unterschiedlichen Softwarelösungen. Aber wie viel Platz brauche ich denn jetzt eigentlich am Ende? Das ist natürlich erst einmal sehr individuell. Von 30 Quadratmetern bis 300 ist hier eigentlich so gut wie alles wichtig. Was ihr aber vielleicht bedenken solltet, bevor ihr euch die ersten Maschinen kauft, ist, so eine große CNC-Fräse sollte sicherheitstechnisch in einem abgeschlossenen Bereich, das heißt in einem abgeschlossenen Raum stehen. Das hat einfach den Grund, falls da mal ein Fräser durch die Luft fliegt, dass ihr keine Personen verletzt und dass die Fräse eigenständig und sicher arbeiten kann, ohne dass jemand vor Ort im Raum sein muss. Dann gibt es bei Holzarbeiten häufig Stäube, die zum Beispiel krebserregend sind und die sich nicht so gut mit sensiblen Maschinen wie 3D-Druckern vertragen. Oder ja, wenn dann entsprechend irgendwelche Holzstäube auf eure Schienen vom 3D-Drucker kommen, ist der ganz schnell beleidigt und funktioniert nicht mehr und ihr müsst ihn warten und austauschen. Das ist dann auch nicht so ideal. Also solltet ihr Zerspanungsmaschinen von additiven Maschinen nach Möglichkeit trennen. Dann ist ein weiterer Punkt die Feuchtigkeit und Lagerung von Materialien. So ein Filament wird zum Beispiel gerne mal feucht, wenn man es länger lagert. Da empfiehlt sich dann einfach ein Entfeuchter mit in das Regal zu stellen zum Beispiel oder die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist die Geruchs- und Lärmentwicklung, wenn so eine Maschine wie ein Lasercutter zum Beispiel läuft. Wenn man dann nebenbei meint, das ist doch kein Problem, dort jetzt eine Schulung für die Software für den 3D-Drucker zu machen, hat man sich wahrscheinlich geschnitten, weil einen dann einfach niemand mehr verstehen kann. Daher behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr plant, wie viel Platz ihr wirklich am Ende braucht und welche Maschinen ihr für euren Makerspace haben möchtet. Kommen wir zum Thema Versicherungen. Jede offene Werkstatt sollte eigentlich eine eigene Haftpflichtversicherung abschließen, die einfach Personen- und Sachschäden auf jeden Fall abdeckt, aber auch Vermögensschäden, Mietschäden. Wenn jetzt mal so ein Fräser durch die Luft fliegt und auf einmal durchs Fenster fliegt, kann das auch schnell teuer werden. Dann gibt es noch Punkte wie Veranstaltungen, wie bin ich versichert, wenn ich jetzt mit meinen 3D-Druckern auf die nächste Maker Faire fahre und der mir dann auf den Weg runterfällt. Und was bei uns tatsächlich ganz wichtig war, ist, sind Leih- und Mietgeräte inbegriffen? Weil wenn ihr ein eigenes offenes Fablab oder ein Makerspace aufmacht, kommen ganz, ganz schnell oder hoffentlich ganz, ganz schnell Leute dazu, die sagen, hey, die Idee ist ja super cool. Ich habe bei mir im Keller schon seit Jahrzehnten einen 3D-Drucker oder eine Drehbank stehen. Kann ich die nicht hier hinstellen, damit andere das auch nutzen können, weil bei mir verstaubt ist sowieso. Klärt also am besten direkt ab, was für den Fall ist, wenn jetzt Mitglieder ankommen und sagen, ich habe hier ein Gerät, das möchte ich euch leihweise zur Verfügung stellen, damit andere das entsprechend auch nutzen können, ist das in eurer Haftpflichtversicherung mit abgedeckt. Dann noch weitere Versicherungen, die natürlich optional sind, aber auch ganz sinnvoll, ist eine Unfallversicherung und auch eine Rechtsschutzversicherung. Der Verbund der offenen Werkstätte hat entsprechend, was tatsächlich sehr, sehr cool ist, auch schon ein, na, ich würde gerne durchschalten, genau, eine Haftpflichtversicherung extra für Vereine und offene Werkstätten aufgesetzt, die einiges beinhaltet. Wir selbst in Lübeck haben dieses Angebot nicht wahrgenommen. Das hat aber, ja, verschiedene Gründe. Hier gibt es aber auf jeden Fall die Möglichkeit, wo waren sie, genau, nachzufragen und euch Hilfe zu holen. Also die Leute, die wissen wirklich Bescheid und können euch dann auch beraten. Dann natürlich solltet ihr weiter überlegen, wie ist der Makerspace am Ende im Alltag? Wer macht die Maschineneinweisungen? Wer steht da, wenn mein FabLab geöffnet ist? Und wenn Leute vorbeikommen, die sich das Ganze einfach mal anschauen möchten und mit mir über ihre eigenen Projekte schnacken möchten oder reden möchten, wer übernimmt hier die Betreuung? Dann gibt es bei uns oder in FabLabs dann auch sogenannte SelfLabs. Das sind Projektsarbeitszeiten, wo dann die Mentoren selbst, die sonst Einweisungen geben, einfach ins Lab können und ihre eigenen Projekte umsetzen, ohne dass jetzt eine betreute Führungszeit angeboten wird, sondern da sollen die Mitglieder einfach Zeit für ihre eigenen Projekte haben, ohne dann ständig von außen abgelenkt zu werden. Dann natürlich die Frage, Schulungen, Workshops, Seminare, in welchem Abstand oder in welchem Intervall möchte ich diese anbieten? Wer hat einen Überblick über die Instandhaltung und Wartung und wann muss welches Gerät mal wieder überprüft werden? Und natürlich Öffentlichkeit, das braucht auch sehr viel Zeit, auf Messen zu fahren, auf Social Media sich entsprechend aufzustellen und immer wieder was zu posten, mit Zeitungen zu sprechen, eine Pressemappe fertig zu machen. Das sollte man zeitlich auf keinen Fall unterschätzen. Und Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Du bist nicht alleine. Schreib andere Makerspaces an, Besuch sie, sind alle offen. Besuch auch die Foren der anderen oder von den offenen Netzwerkverbänden, recherchiere, schau dir Tutorials an. Es ist sehr, sehr viel Wissen im Internet vorhanden. Man muss es entsprechend nur finden. Trau dich zu fragen und geh auf andere FabLabs zu. Das Positive ist, dass es ein sehr, sehr offenes Netzwerk ist und eigentlich jeder jedem helfen möchte. Dann vielleicht als letztes noch ein oder ein weiterer Punkt. Es gibt sogenannte mobile FabLabs. Da haben wir in Deutschland eins oder ich glaube mittlerweile sogar zwei rumfahren. Das sind FabLab-Busse, die mit einer Minimalausstattung an Lasercutter, 3D-Drucker und auch einer kleinen Fräse meistens herumfahren und die man dann entsprechend buchen kann. Wenn ihr jetzt also an einer Schule seid, euren Schülern ermöglichen möchtet, 3D zu drucken, könnt ihr einmal diese mobilen FabLabs anfragen, ob sie nicht für eine Woche sich vor eure Schule stellen möchten. Und dann könnt ihr Projekte mit den Schülern, mit diesem FabLab-Bus gemeinsam veranstalten. Andererseits, wenn ihr jetzt nicht die Mittel habt, ein eigenes FabLab aufzubauen, aber trotzdem unbedingt euren Schülern zum Beispiel ermöglichen möchtet, das Ganze zu lernen und da einfach selbst was machen zu können. Schaut, welche Makerspaces es bei euch in der Nähe gibt und schreibt die einfach mal an. Wir in Lübeck wollen zum Beispiel aktuell einfach unser Angebot für Schülern erweitern und sind hier auch in Absprachen, dass wir zum Beispiel bald eine Making-AG ab und an bei uns im Lab betreuen können, damit die Schüler dann mit unseren Geräten einfach Projekte realisieren können. Dann einmal über ein paar nützliche Webseiten. Da gibt es einmal hier von der FabLab Foundation ein Getting Started. Es ist auf Englisch und nicht auf Deutsch, aber das ist eine ziemlich gute Anleitung, die einmal grob alles umreißt, was man wissen muss, um wirklich ein eigenes FabLab aufzubauen. Weiter unten gibt es, hier ist zum Beispiel auch die Kalkulationstabelle, die ich euch eben gezeigt hatte und hier war es, weiter unten gibt es zum Beispiel auch Beispiele, wie andere FabLabs diesen Weg gegangen sind, weil hier kann man auch sehr, sehr viel von anderen Labs lernen. Sucht euch ein FabLab, was eine entsprechend ähnliche Dachorganisation hat oder eine ähnliche Struktur und fragt einfach nach. Dadurch könnt ihr sehr, 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 sehr viel lernen. So, jetzt funktioniert das. So. Hier ist nochmal von der Academy die entsprechende Softwareliste mit möglichen Softwarelösungen, die ihr zum Konstruieren für 3D-Drucker etc. benutzen könnt. Dann haben wir hier die FabLab Academy. Wenn ihr euch das anschaut, gibt es hier eine Content-Seite und wenn man dann mal auf 2020 geht, sieht man entsprechend auch verschiedene Präsentationen oder einen Kursplan, wo Videos veröffentlicht wurden rund um das Thema Making, Projekte, wie benutze ich einen Lasercutter. Klickt euch da einfach mal durch. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und man lernt sehr viel. Ein weiteres gutes Angebot für Workshops etc. ist von der Anstiftung die Seite der offenen Werkstätten. Die haben eine Kategorie Praxiswissen zum Beispiel, wo entsprechend auch, okay, es funktioniert gerade nicht, aber normalerweise gibt es die. Wo normalerweise auch viele Videos online sind, die man verwenden kann und falls ihr ein FabLab aufmachen möchtet, natürlich die Seite FabLabs.io, wo alle Labs zum Beispiel auch in einer Karte registriert sind. Hier ist der Filter, glaube ich, noch falsch eingestellt, deswegen sehen wir gerade so wenig, aber es gibt auch dokumentierte Projekte und Hilfen, wie ihr wirklich ein FabLab eröffnen könnt. Die Links stehen dann auch alle unten nochmal bei dem Video dabei. Wenn ich jetzt mein FabLab erfolgreich eingetragen habe, wo muss ich mich denn überall registrieren? Als ersten Schritt gibt es da natürlich einmal Google. Über Google wird man einfach am besten gefunden, muss man sagen. Dann solltet ihr euch bei dem Netzwerkverband von eurem Makerspace melden. Für FabLabs ist das zum Beispiel die fablabs.io-Seite. Dort könnt ihr euch dann als Lab registrieren und dann könnt ihr auch als FabLab gefunden werden. Es gibt verschiedene Verbände, zum Beispiel auch für Repair-Cafés gibt es einen eigenen Verband für Makerspaces aus Bibliotheken. Schaut euch da einfach mal um und registriert euch dann bei diesem Netzwerkverband. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, fragt einfach mal beim Verbund der offenen Werkstätten nach. Dort sind nämlich alle zusammengefasst. Dort solltet ihr euch also auf jeden Fall auch registrieren. Und dann natürlich eine eigene Seite für Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Und was euch noch so Spaß macht, ist eigentlich immer ganz gut. Als weitere Frage, Wissen richtig teilen. Es gibt zum Beispiel für FabLabs einen Standard, wie man Projekte am besten dokumentiert. Und die können dann entsprechend auch auf der fablabs.io-Seite aufgenommen werden, damit andere die eigenen Projekte nachbauen können. Da ist natürlich immer die Frage, möchte ich ein eigenes Wiki als FabLab aufbauen? Möchte ich ein eigenes Forum haben, wo meine Mitglieder hauptsächlich einen Platz haben, zu diskutieren? Möchte ich zum Beispiel ein eigenes Git-Repository bereitstellen, wo die ganzen Programme dann runtergeladen oder geteilt werden können? Oder möchte ich das Ganze auf gesammelten Seiten wie Thingiverse oder Instructable hochladen, wo ja einfach sehr, sehr viele Privatpersonen Sachen hochladen und das dann auch bewerten und darüber diskutieren? Als letztes möchte ich einmal ein bisschen zeigen, wie wir das in Lübeck gemacht haben, weil ich finde, dass von Erfahrungsberichten einfach sehr, sehr viel ausgeht. Apropos Erfahrungsberichte, das hatte ich eben vergessen. Es gibt ein sehr gutes Webinar zu einer offenen Werkstatt. Das geht ungefähr zwei Stunden lang. Habe ich euch hier auch einmal verlinkt. Hier erzählt der Präsentator auch, wie der Weg von Ihnen war, welche Stolpersteine Sie hatten, wie es weitergeht und das natürlich etwas umfangreicher, wie ich es jetzt in dem kurzen Zeitrahmen hier tun kann. Also, kommen wir zum FabLab Lübeck e.V. Wir sind offen für alle. Das heißt, wir sind nicht irgendwie an eine Uni angeschlossen und können wirklich für jeden unsere Türen öffnen. Dann sind unsere Geräte für alle offen. Man kann zwar, also wir sind jetzt mittlerweile ein gemeinnütziger Verein. Man kann also in den Verein eintreten, aber man muss nicht eintreten, um die Maschinen entsprechend zu nutzen. Wenn man als Vereinsmitglied eintritt, hat man Vergünstigungen bei den Maschinenkosten, aber man muss es entsprechend nicht tun und man kann immer zum Semester kündigen. Dann haben wir uns für ein breites Angebot entschieden. Wir haben, ja, wir haben 3D-Scanner, wir haben 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräse. Wir haben einen eigenen Textilbereich mit Nähmaschine, Stickmaschine. Wir haben einen Vinyl-Cutter, jetzt auch eine Overlock-Maschine und eine Heat-Press. Wir haben Drehbänke, davon manuelle und auch CNC-Drehbänke. Wir haben einen UV-Drucker beispielsweise, jetzt ganz neu einen A0-Poster-Drucker, der auch von einem Mitglied bei uns ins FabLab gewandert ist. Und ja, in der Holzverarbeitung haben wir natürlich auch Stand- oder eine Tischbohrmaschine. Martin, ich habe es richtig gesagt. Eine handgeführte Fräse, pipapo, das gehört halt einfach alles dazu. Also wir wollen breit aufgestellt sein. Dann sind wir gemeinnützig. Das heißt, wir möchten möglichst günstig sein und jedem ermöglichen, eigene Projekte umzusetzen. Selbst wenn man nur ein armer Student ist, der eigentlich kein Budget hat, um eigene Projekte zu machen. Deswegen sind unsere Preise sehr, sehr günstig angesetzt. Wir haben aber auch den Vorteil, dass wir gefördert sind und uns nicht selbst tragen müssen. Bei den Einweisungen sind wir geregelt. Das heißt, wir haben Vereinsmitglieder, die als Mentoren geschult wurden und die dann entsprechend neue Mitglieder oder Nicht-Mitglieder, neue Leute in die Geräte einweisen. Und diese Einweisung muss tatsächlich auch jährlich aufgefrischt werden, damit wir sicherstellen können, dass die Leute noch wissen, was sie an dieser Maschine tun und nicht sich selbst und die Maschine entsprechend gefährden und kaputt machen. Wir sind in einem großen FabLab. Wir haben 320 Quadratmeter zur Verfügung. Und bei uns Pauschalbeitrag oder Zahlung bei Nutzung. Es gibt, wenn man als Vereinsmitglied dann eintritt, entsprechend die Vereinsgebühr. Das sind für Studenten beispielsweise 5 Euro im Monat. Aber man hat auch ganz normal die Möglichkeit, bei Nutzung zu zahlen. Und wenn man Vereinsmitglied ist, zahlt man entsprechend auch seine Nutzung. Allerdings weniger, wie wenn man kein Vereinsmitglied wäre. Das klang jetzt sehr kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Zuletzt habe ich euch jetzt noch einmal einen kurzen Zeitplan gemacht, wie das bei uns so abgelaufen ist. Die allererste Idee, ein FabLab aufzumachen, war im Januar 2014. Dort ist es ja vom Raimund Miltner tatsächlich die Idee aufgebracht worden. Und er hat in einem Uni-Seminar Startup and New Business Development mit Studenten einmal diese erste Kalkulation und die Idee eines FabLabs gesponnen. Hat dann einen Antrag für die Possell-Stiftung. Das ist eine gemeinnützige Stiftung hier bei uns in Lübeck angeschrieben. Die wurde dann tatsächlich auch oder ist durchgekommen und wir haben unsere ersten Maschinen gekauft. Die initiale Förderung war in Höhe von 80.000 Euro. Und davon haben wir zum Beispiel den Lasercutter, die CNC-Fräse, unseren ersten 3D-Drucker. Also alles Mögliche gekauft. Dann im Oktober 2014, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später, haben wir bereits unsere allererste Eröffnung gefeiert. Damals waren wir noch ein bisschen außerhalb von Lübeck in Kügnitz, in so einer Art Container untergebracht. Und dann begann wirklich die Zeit, wo wir sehr viel gelernt haben. Wie organisiere ich die Einweisungen? Welche Workshops und Vorträge möchte ich halten? Wie gehe ich auf Veranstaltungen und welche gibt es überhaupt, wo ich mich hinstellen möchte? Und wie organisiere ich das jetzt auf einmal alles, dass da 20 Leute reinkommen und sagen, hey, ich möchte drucken? Und natürlich auch, wie gehe ich das Thema mit der Sicherheit an? Wie zeige ich den Leuten, dass man nicht vor der Kreissäge frontal steht und sich irgendwie in den Finger säbelt? Dann im Oktober 2015, genau ein Jahr später, sind wir aus Kügnitz wieder ausgezogen, haben dann unser FabLab im Hochschulstadtteil direkt zur Nähe der Universität aufgebaut und konnten uns tatsächlich auf 170 Quadratmeter etwas vergrößern. Dann im Dezember 2016 haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet. Damals waren wir 16 Mitglieder und mittlerweile, jetzt aktuellen Stand, sind wir, glaube ich, 90 Mitglieder, wenn ich mich richtig erinnere. Ein sehr, sehr großer Schritt in der letzten Zeit bei uns war auch, dass wir eine weitere Förderung erhalten haben, und zwar FabLab Phase 3. Das ist eine Förderung vom Land. Und mit dieser Förderung war es uns möglich, jetzt auch zwei Labmanager einzustellen, die sich um den laufenden Betrieb kümmern, die einfach mehr Öffnungszeiten bereitstellen können. Vorher war es entsprechend so, dass wir einmal die Woche aufgemacht haben und dass die ehrenamtlichen Mitglieder diese Öffnungszeiten realisiert haben. Diesen Tag gibt es auch immer noch. Aber zusätzlich gibt es jetzt noch Zeiten, die vormittags stattfinden, auch für Startups oder Firmen oder Studenten für Abschlussarbeiten, dass einfach häufiger jemand vor Ort sein kann, um diese Projekte auch zu unterstützen. Wir sind insgesamt auf 320 Quadratmeter umgezogen, sind immer noch im Hochschulstadtteil, einfach ein paar Gebäude weitergezogen. Und im September 2020 haben wir dann unsere Neueröffnung gefeiert. Natürlich wegen der aktuellen Umstände virtuell, hatten dann ein paar Monate beschränkt geöffnet und mussten jetzt leider aufgrund der Auflagen wieder schließen und warten gespannt darauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an, fragt, 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 löchert uns. Wenn es wieder möglich ist, kommt auch gerne einfach mal vorbei oder ruft an. Das Lab-Team erreicht ihr unter team.fablab-lübeck.de und da sollte euch auf jeden Fall auch jemand antworten. Dann ist quasi fertig. Müsste man halt mal zusammengebaut sehen. Startet mit eurem Makerspace. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann bis nächste Woche. Da geht es dann um Projekte vor allem für junge Maker, was man denn mit Schülern und Jugendlichen so alles umsetzen kann. Da geht es dann um Projekte vor allem bei Schülern und Jugendlichen so alles umsetzen kann.